Vor dem Schloss in Münster nun Sezuan, ein achtjähriger Hengst von Zack aus einer Don-Schufro-Mutter, Dänemark das Zuchtgebiet. Und vom Frankfurter Turnierstahl schwarz-gelb, Dorothee Schneider. Und hier das vorläufige Ergebnis von Sir Craig und Viktoria Michalke. Bei E 66,447 Prozent, bei H 69,211, bei C 67,763, bei M 66,316, bei B 67,105 Prozent, total 67,368 Prozent. Das war's. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.